Ja, so, willkommen zur Zusammenfassung, wie immer. So, wir stecken das jetzt hier noch zusammen. Da ist mit Ihnen die Kamera, deswegen seht ihr ihn jetzt nicht. So, das ist jetzt so zusammen. Da sehen wir Eurons Rad, mit dem Ring hier. Und den Sitzgelegenheiten, wo sie sich dann eben beraten, wer den Ring kriegt. Wo die Millionen dann gewonnen werden können. Genau. Und wie ihr wisst, versucht ihr auch Gimling im Film den zu zerstören. Da haben wir hier Mechanismus. Ich zoome das noch näher an, das ist ziemlich cool eigentlich. Okay. Okay. Und... Yeah! Ne, auf die Kler zurück. Und da drunter ist halt das Auge. Das kann man jetzt nicht sehen, aber wir wissen das. Ganz her, Mann. Ah ja. Man sieht das. Das taucht eben ganz kurz auf, wenn er den Ring berührt. Das merkt aber nur der Frohlo. Ja, aber eine coole Idee. Muss auch neu so drauf kommen. Ja, richtig. Alles klar. Dann gibt es wie immer gleich noch den Zeitraffer. Genau. Und dann sind wir durch damit. Da sind wir durch. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Genau. Ciao. Ciao.